Eines der berühmtesten Models der Welt hat ein 16-jähriges Double. Die junge Paula Lacroix aus Brasilien schaut Giselle Bündchen unglaublich ähnlich. Dabei ist sie 21 Jahre jünger als ihre berühmte Landsfrau. Paula beschäftigt sich ebenfalls mit Mode und erklärt gegenüber der Daily Mail Ich fühle mich geehrt, mit Giselle verglichen zu werden. Die 16-Jährige fügt hinzu, dass das Supermodel sie inspiriere. Allerdings möchte sie sich nicht mit dem Star vergleichen. Wir sind beide einzigartig und ich will meinen Weg gehen, sagt Paula. Die 16-Jährige hat auch bereits konkrete Pläne. Auf der Mail in der Modewoche hat sie erklärt, dass sie gerne mit großen Marken wie Gucci und Victoria's Secret arbeiten würde. Genauso wie es Giselle in der Vergangenheit getan hat.